Falsch. Sonst ist das Bild schräg. Wir sagen ein Macbook. Ein Macbook bitte. Du darfst es aber nicht die ganze Zeit unter Wochen filmen, weil ich hab nur zwei Gigabyte Sprecher gemacht. Filmst du schon? Ja. Ja? Ja. Gar nicht. Achso. Ey Fragot. Ich mein, diese Fresse ging's endlich. Die soll vloggen. Im Europas Center liegen jetzt dieser Ton, weil, ähm, weil, weiß ich nicht, aber vielleicht gibt's da ja iPads und iPads sind einfach toll. Wir waren die ganze Zeit schon iPads gucken. Ist das geschlossen? Oh. Naja, ähm, ne Kameras müssen jetzt leider ausgemacht werden, weil, äh, sonst würden wir Marken filmen und das ist natürlich nicht gestattet. Also... Frag uns unseren Mitarbeitern, nein, unseren Mitguckern, äh, wo wir gerade sind. Wir sind gerade in Saturn. Wieso würdest du eigentlich zuerst finden? Damit wir länger Fahrstuhl fahren können. Ist das nicht genial? Das ist super duper genial. Jetzt fahren wir wieder hoch und mein Gott, ich hab so viel Angst. Was ist, wenn ich runterspringen würde aus dem Glas? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Achtung!